Herzlich Willkommen im YouTube-Kanal von Coffiness.de. Heute habe ich mal einen echten Klopper mitgebracht von DeLonghi, den Esam 5500, also 5500 und das ist ein Gerät, das schon super lange auf dem Markt ist und ob es sich trotzdem noch lohnt, den zu kaufen oder nicht, das erfahrt ihr hier in dem Video. Anfang nächster Woche werden wir beide ein bisschen bei der IFA rumspringen und mal angucken, was für tolle Neuerungen es bei Kaffee-Vollautomaten gibt und wir erwarten halt ganz viele neue Geräte mit App-Steuerung und halt ganz viel in Richtung Digitalisierung, Getränkeeinstellungen mit dem Handy. Bin ich mal gespannt. Was ich eigentlich erwarte ist, dass man einfach nur das, was man über das Display macht, dann über eine App steuern kann. Vermutlich ist es so, ja. Und hier gucken wir uns jetzt mal einen Vollautomaten an, der, wie ich finde, ganz gut illustriert, wie wenig sich doch eigentlich verändert hat in den letzten Jahren, weil der ist schon relativ lange auf dem Markt, ist aber von der Funktionalität und von allen Funktionen eigentlich genauso auf dem neuesten Stand, wie alle neue Geräte, die rauskommen. Was der Hersteller immer gerne machen, ist, dass sie irgendwie ein kleines Software-Update machen, irgendwie eine Kleinigkeit ändern und dann gleich irgendwie 100 Euro mehr nehmen. Neue Seriennummer, das nennt man dann Coffee-Switch oder Barista-Technologie. Also mal sehr, sehr geschickt. Deshalb ist es doch gut, wenn man auch sich nochmal auf das Klassische wieder zurückberufen kann und sich mal die, hier nur ein bisschen mit der Technik nochmal beschäftigt. Genau. Hier haben wir jetzt halt einen DeLonghi Vollautomaten, der eine von vorne entnehmbare Brühgruppe hat. Das ist ganz praktisch, weil man dann an die Seite nicht ran muss. Vom Format her ist er relativ wuchtig. Ich weiß nicht. Ja, also wir haben jetzt ja mehrere kleinere Kaffee-Vollautomaten hier auf dem Tisch gehabt. Caffeo Solo oder auch den Philips HD 8834 und der ist schon eine ganz schöne Bolide, muss ich sagen. Er ist schon ein großer Kaffee-Vollautomat auf jeden Fall, hat aber einen normal großen Wassertank, die Auffangsschalen sind relativ groß, ist ein ganz schönes Gerät, hat halt keinen Schnickschnack, hat ein automatisches Milchschaum-System. Selbst das Ding ist groß. Das Ding ist groß, da passt auch einen Liter rein. Da hat man sonst oft eher so einen halben Liter, der da reinpasst. Das funktioniert auch ganz gut. Den kann man einfach abziehen und wenn man einen schönen großen Kühlschrank zumindest hat, kann man den auch ohne Probleme in den Kühlschrank stellen. Kann man auch einfach auseinanderbauen, abspülen. Das ist komplett spülmaschinen- getauglich. Ich persönlich würde zusehen, dass ich das nicht zu oft in der Spülmaschine habe, sondern oft auch einfach per Hand ausspülen. Das ist doch ein bisschen schonender für das Material. Ich habe gerade in einigen Bewertungen auch gelesen, dass hier der Griff dann sonst so ein bisschen das Verchromte leidet. Von daher würde ich versuchen, möglichst viel mit der Hand abzuspülen. Aber laut Hersteller ist auch alle Spülmaschinen geeignet. Was ganz praktisch ist, kann man hier auch komplett auseinanderbauen. Wie man den Milchschaum richtig einstellt, das zeige ich euch gleich nochmal. Das funktioniert nämlich nur, wenn man das richtig macht und ist jetzt aber auch kein Hexenwerk. Das geht ganz gut, aber am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht, bis ich herausgefunden habe, wie man es richtig einstellt. In welcher Preisklasse befinden wir uns denn jetzt hier bei diesem Vollautomat? Ja, der ist halt in den letzten Jahren ziemlich im Preis gefallen. Der kostet mittlerweile irgendwas zwischen 500 und 600 Euro. Genau, ist sozusagen das alte DeLonghi-Schlachtschiff und vor fünf Jahren war der halt noch deutlich teurer. Ist insgesamt sehr gut verarbeitet. Der ist halt massiv, der steht gut auf dem Tisch. Auch wenn man das Gerät arbeiten hört, merkt man irgendwie, okay, da wackelt jetzt nichts drin. Da ist wenig Vibration drin. Das ist alles schon ganz in Ordnung. Die Klappen sind auch gut verarbeitet. Das ist bei vielen Vollautomaten so oft der klapperigste Punkt. Auch bei sehr teuren Geräten ist das oft so. Das macht hier aber auch alles einen sehr guten Eindruck. Die Abstellfläche hier für Tassen, die ist so ein bisschen warm jetzt, wenn man die mal anfasst. Da kommt ein bisschen Wärme tatsächlich rum, ja. Wenn man da ein paar Tassen drauf stellt und ein Handtuch rüberlegt, werden die ein bisschen vorgewärmt. Davon darf man jetzt auch keine Wunder erwarten. Was mir sehr gut gefällt bei diesem Vollautomaten ist die Einstellbarkeit des Espressos und die Espresso-Qualität. Das ist wirklich ganz witzig. Das ist eins der Geräte, die auf dem längsten auf dem Markt sind, die ich getestet habe. Und ich eigentlich finde, dass der Espresso mit am besten wird von allen Vollautomaten, die ich bisher getestet habe. Geht stufenlos einzustellen. Man bekommt mit dem Malgrad, erreicht man einen sehr feinen Grad. Wenn wir hier ins Malwerk noch mal reingucken, da haben wir die sieben Einstellungsstufen für das Malwerk. Bei den meisten anderen Vollautomaten gibt es drei bis fünf. Also das kann man auch sehr fein einstellen. Ja, und ich sehe gerade, da sind auch so kleine Millimeterstriche. Das heißt, geht wirklich ja wahrscheinlich sehr feinstufig. Das kann man stufenlos sozusagen verstellen zwischen diesen sieben Stufen. Und ich bin nicht mal bei der feinsten Stufe gelandet. Das ist eigentlich auch selten, weil mir der schon fein genug war. Oft können Vollautomaten nicht fein genug malen. Also die Einstellung des Malwerks und dann die Kalibrierung des Espressos, das funktioniert schon richtig gut. Und das ist sozusagen auch das, womit dieser doch relativ große Kaffeevollautomat aufwartet. Und das ist ja eigentlich halt auch mit das Wichtigste, dass man halt den Kaffee gut einstellen kann. Beim Milchschaum und auch generell bei den Tasten ist das so ein bisschen komisch. Es gibt sozusagen keine Taste, wo Espresso draufsteht, sondern nur Kaffee. Dann kann man die Kaffeemenge reduzieren. Wenn man das macht, dann bekommt man halt aber einen Espresso. Das ist sozusagen nur eine andere Benennung auf dem Gerät als bei anderen Geräten. Es gibt auch eine Cappuccino-Taste. Wenn man darauf drückt, bekommt man aber eher eine Kaffee-Latte. Das ist ja schon so, dass Kaffeevollautomaten generell eher Kaffee-Latte machen als Cappuccino. So diese komplette Verbindung vom Milchschaum und Espresso kriegen die Geräte halt nicht hin. Da muss man dann einfach auch ein bisschen das ehrlich benennen. Und generell von der Bedienung würdest du sagen, dass so die Einfangseinstellung relativ leicht ist? Ja, das kann man gut bedienen. Ich musste einmal in die Anleitung gucken, um die Kalibrierung genau nachzugucken. Eigentlich ist es aber auch relativ einfach. Da gibt es eine Mai-Getränke-Auswahl. Wenn man die ansteuert, dann kann man halt genau die Getränkemenge bestimmen. Kann ich hier Profile einstellen, wie bei den etwas teureren Automaten, zum Beispiel einem Liter Kaffee-UCI? Oder kann ich nur sozusagen für ein Getränk das machen? Es können keine Profile für verschiedene Personen programmiert werden. Du kannst aber Getränkespezifikationen finden für dich, für eine Person halt. Das geht. Dann kann man hier die Milchschaumstruktur verändern. Hier ist so ein kleiner Hebel. Das kann ich jetzt ein bisschen schlecht zeigen. Vielleicht gucken wir uns das gleich nochmal an, wo man zwischen Cappuccino und Kaffee-Latte hin und herstellen kann. Die Benennung macht eigentlich auch keinen Sinn, aber es funktioniert gut. Wenn man auf der Maximaleinstellung Cappuccino arbeitet, dann wird der Schaum aber zu grob und zu grobporig. Sieht auch nicht so schön aus. Wenn man auf Kaffee-Latte arbeitet, dann wird so ein bisschen der Durchgang verengt. Dann splöddert das aber auch nur noch raus und dann wird die Milch auf jeden Fall beim Aufschäumen zu heiß. Das heißt, man muss irgendwie eine Tendenz zur Mitte finden. Ich habe es jetzt in der mittleren Einstellung mit so einer leichten Tendenz zu der Benennung Kaffee-Latte eingestellt. Und damit habe ich echt gute Milchschaumergebnisse bekommen. Ja, die Hersteller versuchen halt immer so einen Barista zu imitieren, aber es klappt natürlich nicht so hundertprozentig. Ja, oft wird die Benennung dann irgendwie auch komisch. Das, was hier jetzt rauskommt, Kaffee zu nennen, das ist halt dann Espresso, wenn man ihn richtig einstellt. Und das Tolle ist halt, dass es hier sogar klappt und sie nennt es halt trotzdem nicht Espresso. Verstehe ich persönlich nicht, aber sollte euch da nicht weiter stören, weil es ja an der Getränkequalität im Endeffekt nichts ändert. Ich habe jetzt einfach eine Waage untergestellt, um den Espresso so zu kalibrieren, wie ich den haben wollte. Und den werde ich jetzt einfach mal beziehen, damit ihr euch das mal angucken könnt. Ich habe jetzt eine Waage drunter gestellt und einen Espresso eingestellt, der dann genau 20 Gramm hat, weil ich ungefähr 20 Milliliter haben möchte. Und habe jetzt die Kaffeemenge auf maximal eingestellt. Und dann geht man hier im Menü, dann einfach auf das Mai-Getränk, das man selber programmiert hat. Und kann dann einfach hier auf der Bezugskaste den Espresso, den sehr kräftige Stärke-Espresso beziehen. Wobei das trotzdem Mai-Café dann heißt. Jetzt muss ich ein Stück nach da gehen, damit man das so nicht sieht. Ja, das Malwerk ist jetzt auch nicht besonderlich laut. Also ich würde auch schon eher sagen, dass es eher ein leiseres Malwerk ist. Also es hat eine gute Lautstärke. Also im Sinne von, dass es nicht so laut ist. Ja, es ist halt ein Malwerk. Das heißt, es ist halt auch nicht flüsterleise. Sonst müsste man halt irgendwie ein teures Gerät für 1000 oder 1500 Euro kaufen, wie ein Siemens EQ6 oder EQ9, der dann tatsächlich schallgedämpft ist. Aber das ist völlig akzeptabel hier, finde ich. Jetzt haben wir mal ein Espresso bezogen. Sieht aus wie ein richtiger Espresso. Sieht gut aus. Hat sogar eine dunkle, schöne Crema. Ein bisschen gefleckt auch. Hätte noch ein paar Sekunden langsamer durchlaufen können. Ansonsten bin ich dann super zufrieden. Wie gesagt, das ist einer der besten Espressos aus dem Vollautomaten, die ich hier bisher hatte. Das ist schon ein großes Kompliment aus deinem Munde. Ja, das funktioniert alles schon ganz gut. Auch eine gute Temperatur. Diese sonst oft so häufige Unterextraktion, die findet hier halt nicht statt, weil der Mahlgrad schön fein wird, weil der Mahlgrad schön fein erreicht wird. Sonst ist er oft zu grob. Das heißt halt auch, dass der Espresso nicht so sauer wird wie sonst oft. Und das ist halt echt spannend, dass das beim Gerät, das schon so lange auf dem Markt ist, besser funktioniert als bei den meisten aktuellen Geräten. Und ist ja auch sehr gut, um etwas mit Milch zu kombinieren dann auch. Genau. Und jetzt gucken wir uns nochmal das Milchaufschäumen an. Bei dem Milchschaumbehälter muss man natürlich darauf achten, dass der ordentlich sauber gehalten wird. Es gibt so eine Kurzspülfunktion. Das sollte man immer machen, weil man mit der Getränkebereitung fertig ist. Dafür kann man auch die Milch im Behälter lassen. Das ist ganz praktisch. Dann wird hier einfach nur das Rohr durchgepustet. Dafür gibt es hier diesen Clean-Knopf. Den muss man allerdings gedrückt halten. Oft denkt man so einmal raufdrücken reicht, aber den muss man halt während dieses Durchspülens komplett gedrückt halten, weil der sozusagen dann den Kontakt zum Milchbehälter trennt. Sonst kommt Wasser in die Milch, oder? Ne, sonst hört er einfach auf damit. Also der muss durchgedrückt werden. Hier sieht man das auch. Wenn man hier raufdrückt, dann geht vorne der Schieber so nach vorne. Das können wir gleich ja vielleicht auch nochmal aufnehmen. Und das sollte man dann immer machen nach jedem Bezug. Allerdings sollte man natürlich trotzdem auch die ganzen Behälter regelmäßig reinigen. Nie Milch nachkippen. Hier passt sowieso schon ziemlich viel rein. Wenn die alle ist, sollte man den einmal gründlich reinigen und nicht neue Milch auf die alte raufkippen. Das ist wichtig. Und hier vorne ist halt so eine Düse für Heißwasserbezug. Ach nee, die habe ich schon abgezogen. Eine Düse für Heißwasserbezug. Die zieht man einfach ab und dann kann man den Milchschaumbehälter einhängen. Das ist jetzt hier aus diesem Winkel nicht ganz einfach, aber geht ganz gut. Und seht ihr, das steht dann halt auch kompakt in dem Gerät drin. Und jetzt werden wir einfach mal eine Kaffee-Latte zubereiten. Ich habe jetzt die Cappuccino-Menge noch nicht wieder kalibriert. Das werde ich jetzt einfach mal live machen. Dafür muss man dann wieder das M auswählen, also das Mein-Getränk auswählen. Ich habe jetzt die Kaffeestärke auf maximal stark. Das finde ich gut. Und jetzt muss man einfach die Cappuccino-Taste drücken. Man bekommt dann eher eine Kaffee-Latte. Aber das ist halt so. Den Milchschaum habe ich jetzt eingestellt, ungefähr auf der mittleren Stufe. Das hat mir dann doch am besten gefallen. Und wenn wir jetzt die Cappuccino-Taste länger drücken, dann ist er in diesem automatischen Modus, wo man programmieren kann, welche Menge man haben möchte. Jetzt freue ich mich auch schon richtig, auf einen Kaffee-Latte zu probieren. Ja. Oder Cappuccino. Cappuccino steht drauf. So, jetzt steht hier Menge programmieren. Das heißt, ich kann gleich den Bezug stoppen, wenn mir die Menge schon gefällt. Man muss auch sagen, dass der Bezug von der Milch jetzt sehr leise ist. Also wir hatten da schon wesentlich lautere Automaten, die halt unglaublich gezischt haben. Teilweise lauter als das Malwerk an sich. Insofern bin ich jetzt hier auch positiv überrascht, dass es doch relativ leise ist. Also es ist auf jeden Fall ein leiser Vollautomat. Oh ja, der Milchschaum wird jetzt auch richtig schön. Ist ein leiser Vollautomat. Und man merkt halt auch, dass in dem Gerät sich wenig bewegt. Also oft hat man dann in dem Gerät ganz viel Vibration. Und das hat man hier nicht. Und das finde ich doch ziemlich gut. Jetzt habe ich den Milchschaumbezug manuell abgebrochen, weil das Glas sonst voll wird. Und jetzt kann man halt noch die Kaffeemenge bestimmen und kalibrieren. Das geht eigentlich genauso wie bei dem einzelnen Espresso. Die Auslaufhöhe ist jetzt nur so 13 Zentimeter. Die ist halt nicht mega hoch, passt aber, wie ihr seht, das Glas ganz gut unter. Muss sich daran denken, dass es nicht von alleine aufhört. Zack. So, und jetzt haben wir hier auch schon unser Getränk. Sieht ziemlich gut aus, finde ich. Du kannst ja mal den Geschmackstest machen. Ja, dann nehme ich das einfach mal hier so raus. Du kannst ja vielleicht auch nochmal hier so hinstellen, dann sieht man auch nochmal, wie sich das ganz gut verteilt. Auch der Espresso und der Schaum ist wirklich sehr schön feinporig. Ja, also die Konsistenz von dem Schaum, die gefällt mir jetzt richtig gut. Viele wollen ja immer so ganz festen Schaum. Der ist jetzt relativ weich. Ja, also der sieht ideal aus. Ist aber so, wie ich das haben möchte. Die Temperatur ist relativ heiß. Also ich würde sagen, 70 Grad sind es bestimmt. Ist dir höchstwahrscheinlich zu heiß. Für dich genau richtig. Für mich genau richtig. Wahrscheinlich für die meisten anderen auch. Aber du trinkst es ja eher so auf 60 Grad. Vielleicht kannst du auch nochmal probieren. Aber ich muss sagen, der Kaffeegeschmack gefällt mir sehr gut. Der Schaum ist sehr homogen, sehr weich und macht wirklich eine sehr schöne Kaffee-Latte. Krass, echt? Ja. Ja, und es braucht eben auch keine fancy Software-Update oder noch irgendwie 18 Getränke-Einstellungen. Sondern hier sind die Basics, sind vorhanden. Es macht einen soliden Espresso, macht soliden Milchschaum. Und das reicht eigentlich für einen richtig guten Vollautomaten in einer Preisklasse, die durchaus noch erschwinglich ist. Ja, mittlerweile ist der halt relativ günstig. Und dafür bekommt man halt ein solides Gerät, das nicht rumwackelt, wo nichts klappert, der relativ leise ist. Und was ich halt ein bisschen schwierig finde, ist so die ganze Benennung. Da steht dann halt oft Kaffee, wenn es eigentlich Espresso ist. Und da steht Cappuccino, wenn es eigentlich Kaffee-Latte ist. Das muss man so ein bisschen wegignorieren. Wenn man das hinbekommt, dann kann man mit dem DeLonghi E-Samen 5500 eigentlich ganz gut arbeiten. Vorne steht ja auch noch, was steht vorne drauf? Der hat ja noch so einen Zusatznamen. Perfetta oder so? Perfetta. Perfetta. Ja, also Perfetta Espresso. Das klappt ganz gut. Der ist echt ganz gut. Das Problem, oder was halt vielleicht einige Leute stört, ist, es ist ein relativ klobiges Gerät. Der ist echt groß. Der ist echt schwer. Aber dafür auch solide und gut verarbeitet. Und er kann halt einfach, was er soll. Er macht anständigen Milchschaum und er macht anständigen Espresso. Und von daher würde ich tatsächlich auch noch empfehlen, den zu kaufen, obwohl der halt schon so lange auf dem Markt ist. Das Faszinierende ist halt, dass sich irgendwie in den letzten zehn Jahren tatsächlich an der Technik bei Feuerautomaten nichts verändert hat. Das Einzige, was neu ist, sind so ein paar Marketingfloskeln, paar neue Benennungen, neue Namen. Ja, und dass halt Latte Macchiato natürlich ein Trettendgetränk ist und Latte Macchiato als Zubereiter natürlich auch immer gerne angepriesen wird. Aber ob das jetzt Cappuccino, Caffeelato oder Latte Macchiato heißt, macht eigentlich keinen Unterschied. Ja, und viele von den Getränken, die dann extra an so einer 20-Getränkeliste angeboten werden, machen halt auch keinen Sinn. Wenn ich jetzt schwarzen Kaffee haben wollen würde, würde ich mir einfach zwei, drei Espresso beziehen und die dann mit heißem Wasser aufgießen. Das geht ja mit dem Gerät auch, wenn man das Ding hier switcht. Und so würde ich dann schwarzen Kaffee bzw. Kaffee Americano machen. Das hier ist halt eine Caffeelate, die da rauskommt, die echt völlig in Ordnung ist. Also ich würde sogar sagen, sehr gut. Du bist da wahrscheinlich etwas kritischer. Ja, ist gut. Schon gut. Ich bin da doch positiv überrascht. Wir haben nämlich lange überlegt, ob wir den noch testen, weil der jetzt eher schon so ein bisschen zu den Auslaufmodellen gehört und den vielleicht auch nicht mehr ewig auf den Markt geben wird. Ich bin total froh, dass wir das gemacht haben, weil ich den doch spannend und gut finde und weil das halt auch echt nochmal illustriert, so die Innovation im Kaffee-Vollautomaten-Sektor ist jetzt nicht so der Burner. Da passiert jetzt nicht so viel in den letzten Jahren. Aber jetzt fahren wir ja zu IFA und ich bin total gespannt, was uns da erzählt wird. Wir werden da so ein bisschen versuchen, das, ich nenne es mal Marketing-Geschwätz, zu durchbrechen und mal zu sehen, was halt wirklich neu, was wirklich Innovation ist. Wir müssen das dann jetzt auf den Zahn füllen. Wir müssen auf den Zahn füllen. Das finden die Leute immer ganz toll in den Messeständen. Da werden wir wahrscheinlich auch ein kleines Video machen und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann liked das doch einfach mal. Wenn ihr den Vollautomaten schon seit ein paar Jahren zu Hause stehen habt, dann kommentiert auch gerne und sagt, was eure Erfahrungen damit sind. Den aktuellen Preis könnt ihr natürlich unten in der Beschreibung checken. Wir haben da einen Link euch nach Amazon hinterlassen und außerdem könnt ihr auch noch mal, wenn ihr gerne den Testbericht lesen wollt oder euch ausdrucken wollt, könnt ihr das auch noch mal tun, indem ihr auf den Link auf cofinance.de klickt. Da vergleichen wir den auch noch mal mit anderen Geräten. Genau, den Testbericht verlinke ich euch hier auch noch mal. Da könnt ihr den direkt finden. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ich freue mich.